Mein Name ist Thomas Brenner. Mein Leben war eine einzige Dauerschleife. Bis ich auf diese Fahrgäste stiess. Das ist der Roxy. Er ist ein Champion im Runderkampf. Er hat über 14 Runden getötet. Du machst bei allem mit und sagst nie nein. Ich würde dir ganz gut Geld davon bezahlen. Also, wir sind von einem staatlichen Ministerium eines Landes. Meine Frau kommt heute Abend. Auch mein Sohn. Darf ich dir eine Frage stellen? Wer ist der, kann Löwe oder Tiger? Löwe oder Tiger? Fresse! Halt deine Fresse! Halt vor, ja! Wie weit wäre ich bereit zu gehen? Plötzlich war alles möglich.